Musik Und diese Flashbacks werden immer mehr Ach, das ist ja noch ein kleiner Eine Spieluhr Das ist aber schöne Musik Du solltest dich nicht verstecken, alles okay? Vielleicht, das wird dich nicht schützen können Du siehst aber sehr stabil aus Voll schön Aber leider Die haben Angst vor mir Jeder hat mal Angst Ja, mehr machen sie auch Angst Er kann jetzt nicht zu dir kommen Ein böser Mann hat ihm wehgetan Ach Mensch Das wird nicht passieren Ich wünschte, das könnte wieder so sein Es tut mir leid wegen deinem Bruder Ja, jetzt ist er es nicht mehr Greg ist immer noch Greg Denk nicht über diese Dinge nach Ich werde dich beschützen, ich fürchte ja Nein, noch ganz lange nicht Nein, ich werde dich beschützen, ich werde dich Nothing out there will hurt you Thanks Two and three checked in Coming up on the road now Hey, keep the chatter to a minimum Our friends are listening Thanks for letting me see your fortress Oh, armer Alex Der hat's echt nicht leicht Schauen wir uns das mal hier an James Fairbanks Okay, ich soll hier Paige Munition geben Was ist denn, wenn ich da noch mal reingehe? Macht sie das überhaupt? Nein Lässt ihn in Ruhe Gut Dann lassen wir ihn auch in Ruhe Und Oh Gott Ignorier es einfach Bitte Oh, hey Ich hörte dich nicht, dass du in Hier Sorge dafür, dass Pete bewaffnet ist Das haben wir jetzt gemacht Vielleicht sollten wir mit Paige Trotzdem mal sprechen Das ist nicht nur ein Loch Das ist ein Grab Werde sie nicht aufhalten Lass ihr etwas Freiraum Sam möchte sich wehren Klar, aber in diesem Moment schon Das stimmt Was meinst du, das hier ist dein Zuhause Das ist nicht der Grund, warum du gehst Das ist nicht der Grund, warum du siehst Das ist nicht der Grund, warum du siehst Ich weiß, was es wie Rennen von Was Ich habe das Ich habe die ganze Zeit Das gemacht Ich habe das Norma wird hier bald sein Wenn sie nicht bereit sind Ich werde nicht Schauen, um zu sehen, um das Fall zu fallen Überzeuge Sam davon zu gehen Sam braucht dich hier Du kannst James und Alex nicht verlassen Wow, schwierig Also wie Natürlich hat sie total recht Norma wird nicht warten Ich befürchte aber halt, dass Sam nicht irgendwie startklar ist Solange man ihr nicht etwas Freiraum zumindest gibt Und da wir ja hier schon Vorbereitungen treffen Denke ich mir halt Soll sie in der Zeit das Loch Graben, ihn begraben Wir verteilen die Munition Und dann geht es halt ab Und ob wir dann noch die Möglichkeit haben zu entscheiden Dass wir abhauen Weiß ich nicht Wo sind jetzt ihre Kinder wieder? Sie hat ja schon wieder was gesehen Oh, hier ist eine Schublade Was ist da drinnen? Ein Brief? Von wem an wen? Was steht dran? Drinnen? John Take care of our children And take care of yourself I'm sorry I know that doesn't help Or explain anything But it's true Can't stand watching you And the kids suffer Knowing what's going to happen to me And what I'll become Better to spare you that pain Das war die Mutter I love you more than anything Sophie Hm Wahrscheinlich waren sie das auch Oh Gott Aber es sollte wieder alles anders kommen Ich krieg'n Rappel hier echt Ähm Was mach' ich jetzt? Ich kann hier runtergehen Oder folgen wir hier den Kindern nochmal? Wo gehen die immer hin? Mit ihr können wir nicht mehr reden Sie packt weiter Sachen Wo sind die Kinder hin? Sind die jetzt hier hin? Sind die hier vorne? Geht's hier noch irgendwo rein? Oder bei Alex hier? Okay, dann geh' ich jetzt einfach runter Lass mich jetzt einfach nicht mehr beirren Wir müssen dem Jungen Ähm Muni geben Ich geh' mal in die Küche Hier waren wir noch nicht Sieht übrigens sehr cool aus Hier Wir können's Zur Garage oder so Wir können in Sams Zimmer gehen Das könnten wir mal tun Ähm Und da geht die Tür nach draußen Tür zur Küche Da kommen wir gerade her Wir sind jetzt in Sams Zimmer Weltkarte Hm Sam hat also schon viel gesehen Was ist das hier? Sam's passport Uh-huh This must be her mother Sophia Fairbanks Almost out of space in these Okay Right behind you Sam's mom wrote this Took Sam to see the Eiffel Tower I don't think she cared much for it But we found a little shop on the way back And ate about 50 macarons in each I blame the pregnancy Sam blames our shared sweet tooth At least Sam has some happy memories to hold on to Ich mach mir langsam ein bisschen Sorgen Dass die kommen Deswegen geh' ich jetzt mal Hier lang Zu Sam Aber irgendwie wollen wir eigentlich zu Pete Wie komm' ich zu ihm? Nähere dich Sam Lass Sam in Ruhe Ach, da ist er doch Ja Die ist immer noch nicht so weit Brauchst du Hilfe? Du solltest mit James sprechen Beeil dich einfach Du solltest mit ihr sprechen Ich denke wir sollten gehen Ich geh' nicht ohne dich Guess she's found her chance I think Paige was right Sam And he can't stay here Think about it Does his house really worth dying over? It's not just the house It's just So much of this place Is my dad It's all of us Norma ist das egal Du musst es beschützen Es ist nur ein Haus Ja, leider ja Doch, ich versteh das schon Nur Wir wollen ja alle leben Ach Mensch Wir können sie ja auch Nun nicht zwingen Aber wie sollen wir denn Die Kinder so beschützen? Okay, wir waren da draußen Irgendwie muss ich doch jetzt noch Weiter helfen können Dann geh' ich jetzt noch mal hier zur Küche Dann haben wir wenigstens noch mal Zwischendurch mit ihr geredet Das find' ich ganz gut Ich mach mir nämlich langsam echt Sorgen Ob wir das hinkriegen Bei der Garage vielleicht Habe ich hier mehr Glück Wegen der Muni Und ihm geben und so Ansehen, Schweißbrenner Boah, keine Ahnung Ich glaub' eher nicht Oh, okay Nicht so gut Was ist das? Ja Das hab' ich mir angeguckt Da sind die beiden Sie geht wieder automatisch zurück Ähm Also kann ich hier nicht viel machen Dann geh' ich wieder rein Wo ist denn jetzt hier Pete mit Randall und so? Wo sind die denn nochmal? Wo muss ich dafür lang? Oben doch wohl nicht Die sind bestimmt hier drüben irgendwo Genau Genau, hier sind die Erstmal guck' ich mir das hier an Oh, Michonne Die kriegt Die kriegt echt eins zu viel noch hier Die kann das selber alles gar nicht mehr verarbeiten Boah, weiß ich nicht, dass sie gerade da ist Also ich geb' ihm jetzt erstmal ne Waffe Und Muni wär' auch nicht schlecht Geh nach draußen, gib Sam eine Waffe Achso Jetzt sollen wir doch Sam eine geben Zwei Fehler hierherzukommen Gib dir nicht die Schuld Es war nicht dumm Doch Vielleicht war es das nicht wert Du klingst wie ich Das bist nicht du Jo Wir versuchen das auch Wir verhandeln, wir kämpfen Vielleicht sollten wir fliehen Boah Diese Kinder They aren't up for this Sounds like Paige wants to run Not the worst idea I'm not leaving without my guys But once we get them back Yeah, I'm in Ich hab' keine Ahnung Was das Beste ist Weil Ich glaube halt nicht, dass man mit ihr richtig verhandeln kann Ich glaube, es ist halt nicht so ne tolle Idee zu kämpfen Irgendwie ist alles ne blöde Idee Geil, was wir machen Ich hab' keine Ahnung Ich hab' das jetzt einfach mal gesagt Was blöd ist, weil er merkt sich das ja mal wieder Können wir das denn noch ändern Okay Okay Er hat sich das zumindest gemerkt Geh nach draußen, gib Sam ne Waffe Ich weiß, mach ich James and Alex Wonder how they'll get through all this Old record player Look, look, see that matchless host March along in the Lord's day Boat for Pharaoh's army got drowned Then, oh Mary, don't you weep Oh, Mary, don't you weep, don't you weep Oh, Mary, don't you weep, don't you weep For Pharaoh's army got drowned Then, oh Mary, don't you weep Who are the people who look so grand They must be headed for the promised land For Pharaoh's army got drowned Then, oh Mary, don't you weep They are so unhappy, just hear them sing They must be looking for the coming king For Pharaoh's army got drowned Then, oh Mary, don't you weep Oh, Mary, don't you weep, don't you weep Oh, Mary, don't you weep Ein Moment Der Verarbeitung Aber Michonne wollte es nicht zu Ende spielen lassen Vielleicht sollten wir auch mal mit Randall noch reden Wie du es getan hast, du hast es bereits gesagt Er hat die letzte Chance, sie zurückzutreifen Und den Sack wieder einfach über den Kopf So, der Junge sitzt ja da oben, glaube ich gerade Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um die Kinder Aber wir gehen jetzt mal zu Sam Sie wird die letzte sein, der wir noch hier Ähm Was geben können Ähm Wenn ich jetzt zur Garage gehe Kann ich von da aus dann auch zu ihr Oder nicht? Wieso kann ich von hier aus da jetzt nicht hingehen Wieso muss ich immer den anderen Weg nehmen Das finde ich irgendwie ein bisschen doof Aber gut Gehen wir den umständlichen Weg Weil sie da ja anscheinend nicht von da aus zu Sam kommt Oh, das ist ein bisschen Hausgeist mäßig jetzt gewesen Da kannst du auch nicht raus? Wieso denn nicht? Jetzt bin ich verwirrt Hä? Da ging es doch gerade eben durch die Tür noch draus Und jetzt nicht mehr? Bin ich bescheuert? Ich versuche es nochmal Durch Sams Zimmer konnte man doch da raus Aber jetzt geht die Tür nicht mehr Toll Gut, dann werde ich einen anderen Weg finden müssen Nicht durch die Garage Und nicht durch Sams Zimmer Ähm Dann gehe ich mal hier lang Ah, okay Er ist nicht dazu bereit Er ist in seinem Wandschrank Ich habe ihm nichts von John erzählt Ja, aber Sam Du brauchst doch noch eine Waffe Und so Waffe und so Mist Mami? Hat sie jetzt eine Waffe oder nicht? Ich mache mir gerade echt Sorgen, dass ich es irgendwie nicht geschafft habe jetzt. Aber ich hatte doch den einen Jungen losgeschickt, ihr Muni oder was zu bringen oder die Waffe. Ich hoffe, der hat das gemacht. Oder zumindest selber behalten. Ich muss mit den Kindern abhauen. Leute, es wird eng. Ihr habt jetzt genug getraut. Ciao. Sam? Ich kann sowas nicht. Sag, was sie dir bedeutet haben. Vielleicht eine Schweigeminute. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht hast du nicht zu sagen, was. Es ist okay, einfach zu sein, hier zusammen. Ich mache mir Sorgen um die Crew, mir geht es gut. Ich denke an meine Kinder. Ich denke an meine Kinder. Ich sehe sie immer. Häng in da. Wir werden bald wieder auf dem Wasser. Es wird sie nicht am Leben halten, wenigstens haben wir das Boot normal existiert nicht mehr. Wow, okay, das ist gut. Oh, und ich weiß, der Cut ist jetzt ganz, ganz fies, aber anscheinend ist Norma da. Und das habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht. Leider muss ich trotzdem einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part von The Walking Dead Michonne. Ich wusste, dass sie kommt und die ganze Crew mitbringt. Das war ja alles sowas von klar. Und anscheinend konnte man Sam nicht dazu bewegen, überhaupt das Haus zu verlassen. Wie gesagt, für eine Weile finde ich es gut, dass sie trauert. In der Zeit, wo man eh Vorbereitungen trifft, muss derjenige nicht direkt nach diesen ganzen Toden irgendwie mit anpacken. Aber nach so einer Weile, ein paar Stunden, sollte man sich dann doch gerade wegen der Kinder vielleicht auf die Socken machen. Das hat irgendwie nicht ganz hingehauen und mal gucken, wie schlimm es wird im nächsten Part oder in den nächsten Part von The Walking Dead Michonne. Bis dann.